Gemäldegalerie Die Gemäldegalerie in Berlin gilt als eines der wichtigsten Museen für europäische Malerei aus der Zeit zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert. Der Rundgang hat eine Länge von ca. 2 Kilometern und verdeutlicht die Größe der Sammlung. Grundstock des Museums waren die Sammlungen des großen Kurfürsten und die Friedrichs des Großen. Die Namen der hier ausgestellten Künstler lesen sich wie das Who is Who der abendländischen Maler-Aristokratie. Albrecht Dürer, Lukas Granach der Ältere, Hans Holbein, Raphael Tizian, Caravaggio, Velazquez, Jan von Eyck, Peter Prügel und Peter Paul Rubens, Rembrandt und Jan Vermeer, um nur einige zu nennen. Seit 1998 befindet sich die umfangreiche Sammlung beim Kulturforum in dem neu erbauten Gebäude des Architekturbüros Hilmer und Sattler. Die Ausstellungsräume gruppieren sich in zwei Reihen um eine lichte Wandelhalle. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.